Ich riskiert nicht. Die haben alle schon Sachen. Ich habe es. Und die schießen mich schon ab. Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe gar nichts gemacht. Na, der Bus fährt mich jetzt so an, weil ich den auf Versehen bis ich ihn abgefahren habe. Mann. Oh, ich brauche eine Waffe. Da oben ist eine. Du bist ja auch hier. Ich war hier, weil ich angegriffen wurde und ich keine Waffen hatte. Ich bin geflüchtet. Ja, Waffen ist gerade. Da ist noch ein Gegner. Der wollte ich glaube ich gerade den Bus ziehen. Ich bin geflüchtet. Oh ne. Oh, ich bin geflüchtet. Ey, ey, ey. Ich bin geflüchtet. Ich bin geflüchtet. Ich denke, wir sind in einer Füße. So, ihr seid das. Kann ich mir helfen? Hast du für Stoll-Munition von mir irgendwie? Äh, ja, gleich. Ich muss mich gerade noch verzeihen. Ich weiß gar nicht. Leider ist das schöne Auto jetzt kaputt. Verdammt am Mist. Welches ist denn? Welches denn? Das ist das Boss-Auto. Ich kann es besser führen mit diesem Item, das ich habe. Ich hatte das Boss-Auto. Was, ich kann es besser führen mit dem? Was kannst du? Nein, es ist in die Sucht geflogen. Ach so. Das Item habe ich auch zum reparieren. Oh. Oder wir fahren hier das hier. Okay. Aber das ist scheiße. Das ist so. Langsam. Nein. Komm, steck rein. Das ist ein Gegner. Ich habe nur zwei Batschen. Das habe ich gar nicht. Ja. Brauchst du noch Munition? Warte. Ja, ein bisschen. Was war das? Pistol-Munition? Ja. Ich habe nur zwei Stücken. Ja. Danke. das war ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich finde es gut. Das ist ja auch so. Das ist moisturizer. Und ich habe nur zwei Städte. Das habe ich da gesprengesprochen habe. Das kann ich nicht einfach mal. Die oder andere Städte sind. Ich habe nur eine Städte da kommen. der kurze noch nicht erworben freut mich doch steht tot durch sterben mach kurz steht also eigentlich nehme ich die mp waffen nicht mit aber obwohl es hat sich noch keiner die anderen busse wohl keine waffe obwohl habe ich dann wurde einer lieben tritt kommt kommen wir gehen habe ich auch gesehen aber es war nur einer schießt schießt er hier bei mir ok der ist abgehauen der eine ja wo ist der kleine schlawine jetzt mit den handschuhl gerade abgehauen ja ja der ist bestimmt hier unten drin safe ist der hier ich höre auch oder bist du das ich bin gerade auch da ich sehe Fußabdrücke da oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott 4 HP hinter dir sorry habe ich nicht gesehen da Hilfe bringt ein guter kriegst du den? klar krieg ich den der bringt mir sogar das was ich brauche eine Krone eine Krone eine Krone ich kann dir sagen ich weiß auf jeden Fall die und ich schon noch moin es geht nichts wie nichts geht nichts bei dir erste Runde oder was? ja ok hier ich kann dich heilen ich kann dich heilen ich kann sehen was auf meine erste Runde ich habe eine blaue Mütze ich habe eine blaue Mütze wie heißt du der gerade reingekommen ist? ich habe jetzt nicht geguckt wie heißt du? Alex 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 hast du schon mein letztes Short gesehen? nö guck ich nö ey Leute ihr seid live das ist die Bedingung aber es tut mir leid ich habe lange deine Videos hat nicht mehr geguckt das einfach ein bisschen mehr supporten support ist kein Worn hier ist ein Schatz das ist schlimm ich kann aber ich würde wirklich gerne deinen Kanal abonnieren oder liken ok also ich weiß es jetzt ja du hast einen frommen Baum mit äh irgendwie halt mit dem Bogen ich sag mal Ambrust sag ich jetzt einfach gekillt ey da waren so viele Teams noch die vorher gefightet haben und ich bin gerade so dahin geschrungen und die Deppen haben mich da oben nicht gesehen Liken 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 Ja aber guck die Shorts bitte bis zu Ende sonst machst du ein Album was kaputt ne weil dann denk äh YouTube guckst nur zwei Sekunden und Likes dann einfach so ich weiß ich guck mir das gleich auch einfach an durchlaufen lassen das ist mal gut ich guck mir dein Short vielleicht auch an ihr könnt auch einfach mal ein Video durchlaufen lassen das tut ja nicht weh ich müsste es auch nicht mal gucken haha einfach durchlaufen lassen Leit geben wenn es geht das hilft immer schon ungemein weisse ich guck grad deine Shorts ich liebe Shorts am meisten ich liebe Shorts am meisten ja ich liebe Shorts am meisten ich muss auch um Shorts am meisten ich muss auch oh hier ist gleich ein ganzes Team warte ich komme warte ich komme war es gar nicht nur Leute ne ne vierer Team ne vierer Team wie ich hab Sven hä ich hab mir jetzt neues headset gekauft jetzt und ist das schon das headset ja bist du zufrieden ja sehr hat dafür aber 60 Euro gekostet ja manchmal muss man ein bisschen was investieren ne ja ich glaub ich hab auch so irgendwas in dem Drehbezeit vielleicht sogar 80 ich hab aber auch eins mit äh mit ohne Kabel mit ohne Kabel aber spielst du? die ist schon spielst wie vor du gesagt hast hab ich einfach geguckt spielst du? spielst du? spielst du? spielst du? spielst du? ich spielst du? ich spielst du? ich spielst du? die ist schon deinem Short ja ich hab auch mal ausnahmsweise mal Musik rein gemacht ja völlig losgenutzt nicht ne oh äh david 3 gegner uhr warum muss ich das aufgestiegen? das sind nicht das sind nicht das sind nicht aber ich bin jetzt nicht hab ihn da hinten guck ich euch ein bisschen zu völlig losgehen das was haben wir eigentlich mit unserem Auto gemacht? äh keine Ahnung da hinten ich seh es abgezeigt ach ja dann vielleicht sollte man das wieder mitnehmen oh irgendeiner fummelt an seinem headset wo ja ich 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 habe ein gutes ich habe ein gutes vielleicht ein Headset der Gruppeneinladung nehme ich nicht an weil ich bin ja schon in der Gruppe also wenn dann anfragen oder? ja hm war das geplant? ja ja es war geplant genau so ich vorbeleine habe aber ein Headset rumgefummelt weil ich habe so ein Teil das kann ich dran machen und wieder abmachen oh ey komm mir nicht raus hä? das Mikrofon oder was meinst du? ich ich äh ich ich äh ich weiß nicht wie es heißt Danton Sniper ob ich jemanden oder? da Gegner 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 mein Controller ist fast leer vor euch vor euch geht nicht mehr ganz Controller fast leer sorry ich muss den Fläch wechseln nehm mal einfach ein Vollcontroller kommt rumspielen alle auf Playstation 5 ich spiele auf Switch und Playstation 5 aber ich habe schon kein Gebesetz mit auch Switch ist generell eigentlich nicht gut Switch wäre und in den 17 Jahren aufhören die Produkte zu machen wenn ich mehr mithalten kann die Switch also ich glaube ich habe das Auto ein bisschen kaputt gemacht ja ich glaube auch na egal sieht schön aus mal gucken ob was noch irgendwo ist kaputt äh kaputt boah nur noch 32 ja ok bis jetzt sehr kaputt gemacht ähm Tankstelle einfach mal eine Frage wie kann man sich eigentlich die wieder auf Windows anschauen das habe ich auch noch nie gemacht ok da bin ich echt der Falsche aber vielleicht das ging Paulus noch im Chat man kann das schreiben irgendwie kann man da eine Unzone machen ich habe es mal gewusst damit weiß ich es nicht bin ich weiß dass man irgendwie auf Karriere gehen muss und dann reicht es jetzt nicht mehr auch ich habe es ja auch kann ich das wollen ja ja ich brauche das nicht so ich war nicht mal gut verzaufe und mitten in der Sniper ne Pamkan, ne epische, da liegt ne epische Pamkan Oha, guck mal ne epische Pamkan Oh, ich hasse diese neue Pam Na, ich muss die nehmen, sonst killt mich jeder mit den anderen Waffen Heilig, du musst dich heilen, Junge, nimm was zu heilen mit Tatsache ich hatte jetzt mal mit das ist ja sogar noch hier ein Spielmittel, da wie man es nimmt ich komme so weit geflogen so, weiter geht's wir haben schon 22 Kills, also eigentlich nur gut rum zwei und zwei jetzt muss man nur noch gucken, dass wir die letzten wir sind zu schwer vier Teams jetzt macht ihr noch mal zwölf Kills ich spiele ja gegen vier Teams ne, ne, ne vier Teams ja, wir spielen zwei gegen vier ok, sehe ich nicht, bitte denn dann dachte ich wäre ein Partner dabei ich habe nämlich noch nie zwei gegen vier gespielt ich habe schon mal eins gegen zwei gespielt, aber wir nicht ich habe schon mal eins gegen drei gespielt guck mal, die haben Medaillon die haben Medaillon die haben Medaillon die letzten gegen ok, stimmt ich habe auch so sehen geschossen so, genau hier, heil dich mal, heil dich mal, hier ist ein Biggie das wir sind da auf der Unweselung in der Nähe von der Unweselung so, ich läuft einfach hinterher als Deckung ich finde schon hier sind da 33 Kills ey cool ne bei mir schwul 6 ich heil nochmal Du hast 24 Kills ja, ja nicht schlecht ich lia nicht 3 Kills ja ich nehm die anderen ich bin halt schlichte fort, ne das zu Jetzt müssen wir nur aufpassen, die letzten sind auf jeden Fall die besten. Und die gehen auch auf die Insel. Warum würde ich so viel mit so vielen Leuten befreundet? Oh hier, schieß es da um. Warum ich auch? Da um ist ein Auto. Da, da, da. Ich hab's noch selber vor. Dann hab ich auch. Aber dann geht nichts mehr an. Für Zybertschropfen-Team so scheiße, weil die Gegner, da stehen zwei hinten drauf. Wird dich ja für schlecht eigentlich. Da schießt die. Ach du scheiße, die bauen ja hier. Ich hab's so warm, die haben so scheiße. Ach du scheiße, ich will gewonnen. Ey, ey, ey. Was ist das? Ja, warte ich's glaub ich grad noch holen. Und dann bei mir sind noch zwei Gegner. Ja, aber auf mich hat grad einer gesnipet, also irgendwo hinter mir ist ein Gegner. Oh, ich sollte hier nen Controller wechseln. Oh, ich sollte hier nen Controller wechseln. Wenn die kommen, holt ihr einfach dann. Aber die haben Handschuhe und... Ja, die haben Magneto-kraft. Magneto- und Handschuhe. Damit haben sie nicht. Aber wenn ich mal auf meiner Zeit mit euch spiele, dann... ... ob da zwischendurch bist du, dann sollst du jetzt noch drei bis zum... Das hörst ich, ich bin da richtig fütig leisig. Aber kann daran halt auch nichts enden. Nein. Das ist halt schwierig, am meisten ein Tick auf dem Playstation. Nein. Wie viele Tick? Wie viel Tick? Wie viel Schaden macht die so... Fünf. Fünfer Ticks. Ist da irgendwo noch ein Rearboot? Guck mal. Nö, da ist keiner mehr. Eins gegen vier. Ja, nach hinten ist da noch einer. Ein... Ein Solo und ein Team. Ein Duo-Klechter-Spieler-Plan. Okay, jetzt noch das Team. Nö. Oh, von Sturm wurden die erfasst. Zwei davon. Okay. Das wär auch gut. Ich hasse diesen Bug über alles. Jetzt wurde ich gerebootet, jetzt wird mir angezeigt, dass du noch 130 Sekunden hast. Also, dass ich... Du musst dich heilen. Du musst hier reinkommen und dich heilen irgendwo. Oh mein Gott, ich bin hier nach oben gekommen. Ich hasse... Mann, ich hasse diesen Bug. Den Schuss, Schießbuck, oder was? Ja, also ich mach gar nicht. Ich trückel nicht auf mein... Nicht auf mein Kontrolle. Guck dir Heilung, Junge. Ich... Ich gucke... Ich finde hier aber... hat kein... ein Schiss oder... irgendwas. Aber da ist das... Ich kann dir sagen, ich weiß aber Leon. Ja, Leon. Kannst du meinen Namen sagen? Ich komm mit dem Auto. Ich hab hier Wachen. Ich hab hier Wachen. Okay, damit werde ich dir helfen gleich. Das schaffst du's auch alleine kurz. Ich mach gar nichts. Die wollen das Haus kaputt schießen. Ich geh jetzt aufs Dach. Och, du Scheiße. Die haben mich von draußen angegriffen. Hilfe. Wie ist das möglich? Die haben keine Wand oder so reingemacht. Plötzlich schießt jemand auf nichts. Ich komme auch aufs Dach. Auch wenn man sich helfen kann. Oh Gott. Wo sind die? Wo sind die? Aufs Dach. Einen hab ich. Einen hab ich. Okay, gut. Ist genug. Ist der hier immer noch irgendwo? Ja. Aber wo? Die Frage. Die müssen den schnell finishen, bevor der wieder Covid wird. Weil die hauen ab, klar. Unglaublich. Die hauen wirklich ab. Oh, der wollte gerade die booten. Hinter dir. Kommt der überhaupt hier hoch? Oh, oh mein Gott. Ja, ha, 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 ha. 112. Bitte, 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 bitte. Hör, wie viele. Ne, 111. Ich hatte doch eine Krone, oder nicht? Ich hatte keine Krone. Ah, verdammt. Ich hab keinen Kronensieg gekriegt. Ich auch nicht. Wir hatten keine Krone.